Jetzt wieder Soltau Logistikcenter. Hintergrund die Autobahn, die A7 und die Strecke Richtung Özen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Kaffee Untertitelung aufgrund der Audioqualität nicht möglich so hier ganz kurz vor soltau zur blick richtung soltau nachher fährt er über die rote brücke strecke soltau lüneburg so Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Sollte Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Es ist kurz vor Schwindebeck. Untertitelung des ZDF für funk, 2017